Scharybdis. Scharybdis ist die Bezeichnung eines Meerungeheuers in der griechischen Mythologie. Scharybdis ist ein gestaltloses Meerungeheuer. Scharybdis gilt insbesondere als ein Ungeheuer, das im Mythos um Odysseus eine wichtige Rolle spielt und auch in der Argonautensage. Scharybdis hat zusammen mit Scylla in der Meerenge gewohnt. Die Meerenge soll so gewesen sein, dass entweder Scharybdis oder Scylla das Schiff zerstören. Und so gibt es die Redewendung, dass man zwischen Scylla und Scharybdis steht. Das heißt, man ist in einem Dilemma, bei dem man eine ausweglose Wahl hat zwischen zwei Übeln. Und egal, was man macht, man wird irgendwo Schaden nehmen. Zwischen Scylla und Scharybdis zu sein, bedeutet, dass man in einer ausweglosen Situation ist und irgendwo Schaden nehmen muss. Aber man kann auch Trost daraus ziehen, dass es sowohl Odysseus als auch dem Jason gelungen ist, unbeschadet zwischen Scylla und Scharybdis hindurch zu kommen. Und der Jason hat es insbesondere geschafft, dadurch, dass er Thetis, die Meeresgötten und die Nereiden, also Meereswesen, Meeresgeister, zur Hilfe gerufen hat und dass diese ihm unterstützt haben.